hallo und willkommen zu einer weiteren folge animation throwdown daily shop news und combo masteries mit mir gleich so wir gucken jetzt mal erst mal den kommentar oder in die kommentare rein heute habe ich mir zwei stück rausgesucht einmal von old man snyder welches eigentlich deine lieblings epische meine ja meine lieblings epics waren auf jeden fall also es ist eine eine epic combo die ich jedem empfehle der noch nie so viele legees im deck hat also gerade am anfang das ist tatsächlich war also es gibt nicht machen erstmal so es gibt 55 epics die du haben solltest also das ist einmal sind die charakter einmal bock peggie und dazu das gewehr da machst du nämlich mit dem ob das 300 dollar messer mit der pergie machst du die und dann brauchst du noch die amy mit dazu und dann nimmst du noch den vitruvianischen menschen rein dann hast du nämlich beim bob noch mit dem vitruvianischen menschen anal entstellt und mit der amy den denkeraffen und wenn nur diese kombos am anfang hast also bob peggie mit gewehr und bob und amy mit vitruvianischen menschen dann hast du ein ziemliches killer dick am start mit dem du erst mal auch ohne legees alles mögliche relativ gut in den unteren arenen weg rasieren kannst also es gab früher genügend decks die einfach nur paddelnde peggies mit drin hatten und das deswegen deine peggie das war dann stark definitiv der bob ich würde in dem fall den bob ein stück weit bevorzugen vor der paddelnde peggie also ich meine klar am besten nimmst du beide rein das ist weil er halt auch heilen kann und wenn du gerade mal irgendwas weiß ich in einem rumble spielst oder dass wir bei den challenges bist du froh wenn du irgendwie die die heilen funktionen bei karten mit drei hast und das heißt ja beim bock so ja das sind so meine lieblings epics welche für welche kann ich mich jetzt nicht so wirklich entscheiden ich fand ja also ich sag ganz ehrlich diese fünf stück machst alles mit so also nicht alles im und sag ich mal bis zu arena 15 solltest du damit echt gut zurechtkommen so dann gucken wir mal nächster kommentar nächster kommentar von tippico lada also ich finde der herrn gar nicht schlecht die kombos für das geist im quad füste recht gut 20 punch und 20 attack minimum gut ich gucke mal jetzt wir gucken mal in den herrn und in die luen kurz rein das wird mich jetzt echt mal interessieren kann sein dass es jetzt beim desgeist wirklich ganz gut ist aber aber also wäre dann auf jeden fall ein guter tipp von mir typico lada so ganz kurz rein hier summer guy box da haben wir sie ja drin aktuell da haben wir den herrn und haben die kombos kreppel und mauer durchstoßen und ich kann es jetzt hier aktuell muss ich bei den anderen seiten dann einstellen aber der rest der rest ist halt wirklich unterirdisch wenn ich mir das hier angucke der rest ist schon mega schrott also es mag sein da so da gebe ich dir recht also da oben das ist die eine combo ist nicht so schlecht aber dann müsstest du halt wirklich sicherstellen können dass du nur kostümkarten im deck hast und dieser herrn ist eben immer nach möglichkeit immer nur mit kostüm kombiniert werden kann dann gebe ich dir recht dann macht der herrn ist unter umständen sinn ich habe aber mal damals in der vergangenheit von einem sehr guten spieler gesagt bekommen guck dir an also um dein deck effektiver zu machen guck dir an wie viele starke kombos hast du für eine karte wenn es nur eine combo ist oder maximal zwei dann versuche die zu ersetzen mit anderen karten die mehr starke kombos haben und das hier ist halt tatsächlich nur eine starke combo das ist dieser female hermes ja du hast recht da ist das geist aber ansonsten kannst du das ding nicht spielen also das ist der einzige so dann gucken wir uns mal bei luan platter kurz das ding an auch hier ja das auch die ist stark das stimme totis luan ist stark kostüm so und dann kommt hier dann schon sowas te volumen luan 21 geburtstag die dinge catcher in luan das hier teufel in luan die sind halt adhs luan das geht die ist eigentlich ganz gut ja also das ist mit kreis wenigstens rätchen und durchstoß in der mauer dann kannst du eigentlich fast sicherstellen dass auch die kreis funktion so es ist alles also das ist wirklich nur die kostüm sachen also wenn du klar also ich gebe dir recht wenn du wenn du wirklich es geschafft hast dir entdeckt zusammenzustellen mit starke kostüm karten also du sprichst ja von quad fuse bedeutet also gehe ich jetzt einfach mal davon aus du hast du hast du hast fast alles quad fuse ja und du hast wahrscheinlich auch dann in dem fall fast nur kostüm karten in deinem deck jetzt momentan für das bg dann kannst du die echt gut spielen definitiv also weil da kann ja nichts schief gehen du hast ja kostüm karten und mit nichts anderem brauchst du es zu kombinieren da ich aber eigentlich auch andere support karten mit im deck habe die ja da haut das dann nicht mehr hin also ich würde kotzen ich würde richtig kotzen wenn ich wenn ich jetzt sage ich mal geile geile support karten habe dann ziehe ich als erstes hermes und wern als charakter oder ich kriege nur einen einzigen charakter und es ist hermes oder nur ein charakter und es werden und ich habe jetzt keine kostüm karten auf anhieb oder so oder nur eine zur wahl ja gut dann geht es aber da würde ich wahnsinnig werden also das ist also wie gesagt kommt aufs deck drauf an wer wer viele kostüm karten im deck hat und da kein großes risiko fährt dass er da schrott kombos spielen nur schrott kombos spielen kann da macht das aktuell beim kostüm bg sinn in allen anderen fällen bloß die finger von diesen beiden karten lassen das ist ansonsten echt mega mega überschrott aber auf jeden fall ein guter einwand wenn mit kostüm karten macht es auf jeden fall richtig sinn so dass jetzt waren wir auch schon bei der summer guy box habe ich euch eben hat gezeigt das letzte mal auch schon gezeigt und jetzt gucken wir mal was ist hier momentan maman als altmusik eines schatulle da haben wir hier nach wie vor den dr seudberg den ich unheimlich gerne aufbette er ist nämlich mega geil dann gucken wir mal ja ja jetzt mythic teddy mit mit halber hund jean drei skits shrimpy shrimps und lois griffin ansonsten sind wir schon da wir sind schon in den combo masterys angekommen und die erste combo mastery die wir da zur auswahl haben ist günther für 500 gems dann gucken wir uns mal günther an für 500 gems der kinder mit einem professor farnsworth und hier schauen wir jetzt mal selbst mit einer tom landry mittelskuhl bin ich nicht vom günther so ja ja also den kinder für 500 james bei auch immer nicht und dann haben wir auch den kondom chris doch und im christ aus also mit chris gibt es ja echt auch mega geile kombos ja was soll ich sagen und dann gibt es halt den kondom chris und das einzige was er halt hat ist schild und da sage ich ganz ehrlich da ist mir die ausgangs chris griffin karte schon fast die wir meinen es ist viel schild ja 19 schild ist stark aber kriegt eine karte schild ja toll was gibt es nur in der quad fiest ist immer fast passierten dann 19 19 24 also sorry aber kondom chris sieht scheiße aus ist auch nicht wirklich berauschend also 500 james dafür auszugehen no way so und sind wir auch schon wieder aus und könnte im christ reisen für 500 james so jetzt kommen wir zu einer kombo die ich schon ein stück weit besser finde die habe ich auch selbst schon als ein oder andere mal gespielt gerade weil ich das mit so ein roger bei mir im decke habe das ist der schwarzbrenner roger oder eben hier heißt auch moonshine roger auf englisch und der schwarzbrenner roger sieht folgendermaßen aus du hast halt hier eine mauer und du hast halt gas und wenn ich den jetzt maxx maxx out habe ich hier schon 19 fach gas und eine 19er mauer ja und das kann schon kann schon die ein oder andere karte wird nicht kaputt kriegen also wenn die am anfang grace haben und haben noch nicht genügend angriff um eben durch die mauer durch zu kommen und du hast dann dein gas hier noch mit hinzu dann kriegst du schon bestimmte karten damit klein also macht unter bestimmten umständen also ich spiele die selten ich bin wirklich sehr selten aber es gibt schon situationen wo die mir den arsch gerettet hat also der moonshine roger auf jeden fall das ist auch defensiv aber schon kann schon knallen jetzt rechnen wir mal wenn man da jetzt zehn prozent drauf dann hätten wir 22 er mauer ne 21 er mauer und 21 fach gas 24 fach angriff und 70 70 leben ja ich weiß es nicht ob ich jetzt also es kann sein wenn ich einen guten moment habe dann hole ich mir die für dich aus und ich weiß es noch nicht so genau also kommt drauf an ich bin mir deshalb jetzt noch ein bisschen unsicher hier haben wir die nächste kombo die auch so ein bisschen grenzwertig ist sage ich mal das ist die skydiving peggy ja nups jetzt gemacht aber was heißt grenzwertig ist es ist halt wirklich nur für die die ganz am anfang sind ja aber naja also wir hatten vorhin vorhin epics gesprochen heilig es gibt halt echt epics die viel besser sind als das hier selbst wenn ich das jetzt maxen würde jetzt für die anfänger mal jetzt hier selbst wenn ich das maxen würde dann ja wenn ihr müsst dann hättest du hier 22 angriff das lohnt sich nicht wirklich also die skydiving peggy deswegen im planet express schiff einzunehmen lohnt sich noch weniger also diese flugkarten sind ja fern von gut und böse das ist nicht so prickelnd express schiff oder kurz mal reinschaut quickie kiss it kannst du auch hier die die habe ich früher auch mal ganz gerne gespielt da naja naja eischwänchenanzug ailey cat dragon oh mein gott das sind zeiten das sind zeiten das sind zeiten wenn denn ja 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 delivery boy aber dass diese flugkarten bei euch aus dem weg raus deswegen also skydiving peggy die kombo macht keinen sinn wenn ihr da jetzt steine für ausgeht weil er jetzt gerade mal so eine kombo da habt und sagt die ist toll irgendwann ärgert ihr euch wenn ihr ein bisschen bessere karten habt und dann dafür die steinchen ausgegeben dann spart sie euch lieber und farmt euch ordentliche karten zusammen und dann kommt was anderes bei hause als das hier also wenn es euch geholfen und gefallen hat dann lasst doch mal ein like da ich bin immer rommelig aber ich mir im moonshine watcher ich mir die tausend steinchen für ausgebe oder ob ich doch noch auf eine andere kombo warte ja schreibt was in die kommentare aboniert den kanal und schaltet das nächste mal wieder ein wenn es wieder heißt animation throwdown mit mir nämlich jetzt fangen die rumble videos an das erste video ist jetzt hochgeladen und jetzt gibt es wieder action macht's gut bis dann und tschüss bis dann 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 bis Untertitelung des ZDF, 2020